Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gabriel Knight. Ja, wir haben hier aufgehört, hier machen wir weiter und das dazu, das dazu, da waren wir schon. Können leider auch nicht spenden, weil wir kein Geld mitnehmen können. Ja, schön ist das, ne? Gehen wir also mal zum Jackson Square. Oh, hier laufen Leute herum. Oh mein Gott. Oh, ein Trompeter. Kann ich mit dir reden? Ja, der ist einfach weg. Das ist aber auch interessant gemacht. Was ist das für ein roter Punkt da unten? Habt ihr den auch gesehen? Da, dieser rote Punkt, der ist wohl nichts. Ist das ein Grafikfehler? Weiß ich nicht. Aber ich will diesen roten Punkt. Ah, ich hab glaube ich einen Doppelklick versehentlich gemacht. Das Jazzband ist ziemlich gut. Du warst ein weißes Gehen, du wollen ja immer fest. Ist es sehr schön, dass die irgendwie gleichzeitig geredet haben. Der Band ist nicht mehr Geld geben würde, ne? Oh, hallo. Leute sind die Partie interessiert. Ach so, ja. Das war so einig. Ich würde, wenn ich genug Zeit hatte, um es richtig zu machen. Ach, Gabriel. Hey da, ein schöner Beat. Ich schaue es. Der Trompeter antwortet nicht. Du weißt, was du mit Trommeln gehst. Willst du meine Füße essen? Oh, das ist dieser Muskelprotz bestimmt. Ey, nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Oh, ich wollte nicht in die Kirche. Ich war hier schon. Da war ich mal wieder schneller mit der Maus, als es mir angezeigt worden ist. Oh, ein Pantomime. Ein Pantomime. Das ist aber schöne Jazzband, eine Dixielandband. So, und dieser Typ da. Ich würde mal wieder reden. Ach, nicht? Ach, deswegen hat er sich so aufgeregt, weil er Pandemien ihm nachgemacht hat. War wahrscheinlich gar nicht die richtige Melodie, aber das war das Lied. Ähm, ja, hier gibt's nichts. Warte, nein, ach, ich hätte noch gucken können mit Leertaste, aber egal. Ich hab nichts gesehen. Okay, dann zum Polizeirevier. Interessante Musik, während wir beim Polizeirevier sind. So, wir können das auf jeden Fall betreten, angucken. Ähm, Fenster? Bei GTA versucht man's immer wieder und bereut es danach. Was? Guckt doch keiner. Das interessiert doch überhaupt keinen. Those motorcycles belong to the precinct. They're not nearly as cool as Gabriel's bike. Gabriel has his own bike. Das wäre doch cool gewesen, eins zu klauen. So, Polizei hab ich. Weil man da war eben, da, Moseleys Büro. Büro. So, Fenster, Fenster. Ja, okay. Allee. Ah, da kann ich hingehen. Aha. Das Fenster führt zu Moseleys Büro. Es ist aber auch interessant, dass wir hier irgendwie das machen können, ne? Ach, da können wir das Gebäude noch angucken. Es ist ein anderes municipales Gebäude, aber nicht ein, das Gabriel hat keinen Interesse in. Hm, ich sollte Moseleys zu den Händen addieren. Smell? Ist aber nett. Naja, die sind hier generell sehr nett, hab ich gemerkt. Und hier? Allee, Gebäude, Fenster, ja, das hab ich alles, das hab ich alles. Okay, dann. Rein ins Gebäude. Interessante Design für eine Trashcan. Sie muss auf den Verkaufs auf den Körnchen oder uns. Es wird nicht mehr besser sehen, woanders. Er wird auch woanders nicht besser aussehen. Ja, kann gut sein. Ausgang haben wir hier, das wollen wir ja nicht. Tor, das macht wenig Sinn, ne? A swinging door connects the lobby and office areas. Oh Gott, die Musik ist so cool. No one goes back there until I say so, mister. Oh, sorry. Ja, das hab ich mir nämlich schon gedacht, dass genau das passiert. Gabriel ist standing in the lobby of his friend Moseleys Precinct. It smells like a cross between a hospital and a brewery. Okay. Ja, dann würde ich einfach mal sagen... A uniformed officer of the N.O.P.D. Uh, officer, can I ask you some questions? Desk sergeant's right over there. Doch, die sind alle so freundlich hier. Aber diese Beschreibung für den Tor, das ist sehr kreativ gewesen, ne? Oh Gott, die sind alle so freundlich. Ich weiß nicht, was das Loll-Einigen ist? Wie kann ich die Hamburger machen? Wenn ich sie verholt habe. Wie 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 du dich such anst, in ca. 5 Sekunden. Okay, okay. Sorry, ich fragiere mich. Was kannst du mir erzählen über Nolins? Ich erzähle dir, ich bin froh, dass es nicht Mardi Gras ist. Wenn es nicht für diesen einen Monat ein Jahr gewesen wäre, dass es ein Fisch in Nahrungsland wäre ein echtes Freude gewesen wäre. Wie es ist, würde ich lieber hinter dieser Tasche stehen. Was kannst du tun? Bestes Essen in der Welt. Du kannst es hier in Nahrungsland kaufen. Muffaletta Sandwiches. Beignets. Good Cajun Coffee. Ja, ein Mann kann glücklich in dieser Stadt sterben. Es ist praktisch garantiert. Tell me about yourself. Oh, ich? Ich bin der Desk-Sergeant. Frick. Warum? Frick? Das ist richtig. Hast du ein Problem damit? Nicht überhaupt. Tell me about your- You see that front door? Yeah. Well, I watch people come in. See this book? Yeah. Well, I write people's names in it, see? People that bother me. Want me to put your name in this book? Oh, I think not. That's what I thought. Tell me about- I hate people who ask stupid questions. Hey, nice precinct. Think so, huh? That's peachy. That means more to me than you can know. Kind of quiet in here today. Summer's like that. Too muggy to mug, too hot to heft. How clever. It's a gift. So, what's new around the old police station? Well, we're now allowed to shoot chatty pedestrians on site. That sounds convenient. I like it. Hehehehe. Er mag so was nicht, huh? Excuse me, Officer Frick? Whatever it is, no. Now get out of here before I have you arrested for disturbing the peace. So, anything interesting happening around here? Look, I've got a job to do. Chat with someone else, huh? Ah, jetzt ist okay. I was supposed to pick up some photos from Detective Mosley at the front desk. Is that right? And who are you? My name is Knight. Gabriel Knight. Yeah, I got something for you, alright. Soon as you're done talking, I'll give it to you. I'm here to see Detective Mosley. He's out at a crime scene. Sorry. Aha, Tatort. Where's the crime scene? Is it related to the voodoo murders? Crime scene information is police confidential. We don't need any more looky-loos than are probably already there. Okay. Jetzt gib uns die Fotos. Here's that envelope for you, Gabriel Knight. Thanks. Nicht Gabriel Knight, sondern Gabriel Knight. So können wir uns den Umschlag genauer angucken. Gabriel opens the Manila envelope and finds two photographs. The photograph of Mosley was apparently taken upon his graduation from the police academy. He had hair then. Ach so. Hat er sonst keine Haare? Was gibt's noch? Ach, das Foto. Hallo? Was da? One of the photos from Mosley is an official voodoo murders crime scene shot. A graphic close up of a victim. Interessant, dass er das überhaupt sich angucken darf, ne? Images haunt the pages of Philip Knight's sketchbook, the way they must have haunted his mind. The images touch a deep chord in Gabriel. So familiar are they, that he finds it hard to believe they aren't from his own subconscious. Stimmt, das hatten wir uns noch gar nicht angesehen gehabt. Aber gut, ähm, angucken kann ich mir alles. The tweezers from the bookshop are an old stainless steel pair that Gabriel had forever. Gabriel got the flashlight free in the mail when he ordered a magazine subscription. It works though, at the moment. Vor allem, warum ist das eigentlich so, ja, gezeigt, ne? Kombinierbare Gegenstände leuchten, wähle zwei markierte Dinge und schaue, ob sie zusammen einen weiteren Gegenstand eingeben. Ja, ich glaube, das wird nichts. Okay. Gut, ähm, dann... Ich darf ja wahrscheinlich nicht durch, denn hier vorne hab ich mir wahrscheinlich alles angeguckt. Ja, hab ich. Gut. Dann geh ich jetzt halt wieder zurück. Wo immer dieses zurück auch ist, aber... ja. Geh mal zur Karte. Vielleicht gibt's ja was Neues. Nein, ich glaube nicht. Dann geh ich halt wieder zurück zum Laden. Bla bla bla. Das kennen wir schon. Reden wir nochmal mit ihr. Okay. Got a minute, Grace? What's up? What else can you tell me about New Orleans? You're the native. Don't ask me. Tell me about yourself, Grace. What do you wanna know? Just tell me. I came to New Orleans because I'd read so much about it. I thought spending a few months here would clear my head. I've been studying Tai Chi for 10 years. It's a very spiritual discipline. I'm sure discipline of any sort isn't something that would appeal to you, Gabriel. Nothing, I guess. So, das haben wir auch schon mal. Jetzt können wir noch mit ihr nochmal reden. Done anything interesting lately? By your definition? No. I prefer it that way. Keeping busy? Not really. If you need any research done, let me know. Seen in any good movies? I saw a great documentary last night on pyramid excavations. You mean small, dark places that haven't been touched in centuries? Sounds right up your alley. Well, it did help me gain a better understanding of your mind. Did I ever tell you that you're actually quite attractive? Be still my heart. Had any customers lately? No, but I'm sure you have. You know, you really should get out more. But then who'd take care of St. George's? Me? Exactly. Could you do some research for me? Sure, what? There's no reason to... I'm out of here. Try not to sell out the store while I'm gone. Aha. So, das ist ja nichts neues, ne? Das ist nur das Polizeirevier. Ah, da war ich ja eigentlich schon. Ich geh jetzt noch mal zum Jackson Square. Vielleicht hat sich da ja irgendwas getan... Ah, guck mal! Ein Polizeirevier ist entweder off-duty oder patrolling das Park. Oder beide. Guten Tag, Officer. Ja, du auch. Keep moving. Hat ja sehr viel gebracht. Oh, ein Funkgerät. Hier kann ich echt noch ein bisschen was angucken. Okay, wir haben noch das Motorrad. Ein Polizeirevier ist entweder auf... Ach so, ja, okay. You white-faced geek! You wanna eat my fist? Besides, even Mosley couldn't get him out of that one. Ja, irgendwie, wenn er das nimmt, dann Strafe und da könnte selbst Mosley ihn nicht rausholen. Das war jetzt halt ein bisschen ungünstig, weil der Muskelprotz mal wieder geredet hat. Ja, da ist ein Radio Polisband auf dem Motorrad. Mind, wenn ich dein Radio benutze? Was, bist du verrückt? Lass ihn! Wieso sonst? Hier hab ich noch andere Blumenzaun kann ich mir noch angucken. Kann ich wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Ja. Well, I never! Leave me alone! You, you, you man! Man! Okay, sonst... Trommler hab ich, hab die Blumen, den Zaun... Das Pferd kann ich mir noch angucken, was da in der Mitte ist. Die Bank. Das sieht irgendwie lustig aus, wie er dahin gelaufen ist. Blumen, Gabriel, Ausgang zur... Dingsterbumster. A bronze statue of Andrew Jackson marks the center of Jackson Square. Hey, bro. Nice horse. Okay. Bringt alles nichts. Jo. Habe keine Ahnung. Sag mal, jetzt macht der Pantomine was anderes nach. Die Band. Der ist sehr beliebt, muss ich ja mal sagen, ne? Aber ich hab echt keine Ahnung, was ich jetzt noch machen... ...soll könnte. Ich brauch einen Anhaltspunkt. Da ist jemand drinnen. Ich hab mich ja auch überall nah umgesehen. Die Sachen sind ja immer noch zu, oder? Ja. Okay. Ja. Dann muss ich mal überlegen. Vielleicht ist ja hier irgendwas drin, ne? Mosley hat mir ein paar grauenvolle Bilder hinterlassen. Die sind total geil für mein Buch. Vielleicht muss ich auch ins Schlafzimmer und ähm... Ähm... Dings. Oh, ich glaube, ich habe alles vor heute erledigt. Wie beende ich den ersten Tag? Ah. Oh, ich glaube, ich kann jetzt einfach... Ich weiß nicht, ob ich schlafen gehen soll, oder... Oh boy. Oder irgendwas anderes? Vielleicht kann ich ja wirklich schlafen gehen. Oder auf dem Schreibtisch oder... Keine Ahnung, was... Das finden wir einfach in der nächsten Folge raus, okay? Gut. Bis dahin, dann tschüss. Eure Teil.